Es war das Fossil einer Meeresechse. 1,80 Meter lang. Ich brauchte Tage, um es auszugraben, es freizulegen. Ich war damals erst elf Jahre alt. Jetzt wird es im British Museum ausgestellt. Ein ganz besonderes Exponat. Miss Anning. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Selbst die renommiertesten Paläontologen Londons kennen Sie. Und was wollen Sie von mir, Sir? Meine Frau. Es ging ihr in letzter Zeit nicht gut. Sie leidet an einer schweren Melancholie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sie begleiten darf, um von Ihnen zu lernen. Ich brauche aber keinen Lehrling. Für diesen Aufwand würde ich Sie angemessen entschädigen. Das wird kein Spaziergang. Ich mag das Meer nicht. Was ist das? Nichts Besonderes. Wunderschön. Wirklich nett, dass ihr euch angefreundet habt. Was ist da? Irgendwas. Unwichtig. Ich möchte nicht mehr in das Leben zurückkennen, das ich vor dir hatte. Denn was ist mit meinem Leben? Was ist mit meinem Leben? Das ist mit meinem Leben. Untertitelung des ZDF, 2020